Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki von der FDP ruft die linken Abgeordnete Martina Renner zur Ordnung. Der Grund, die Politikerin trägt bei ihrer Rede gegen einen AfD-Antrag ein Antifa-Anstecker. Danke Antifa. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kollegin Renner trägt an ihrem Bewehr einen Sticker der Antifa. Ich erteile Ihnen dafür einen Ordnungsruf und behalte mir und behalte mir, ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf und behalte mir vor, nach Erörterung des Präsidenten des Deutschen Bundestages weitergehende Ordnungsmaßnahmen, die Sie zu verhängen. Als weitergehende Maßnahmen sind ein Ordnungsgeld in Höhe von 1000 Euro sowie ein Sitzungsausschluss. Die Linksfraktion protestiert daraufhin gegen Kubikis Entscheidung. Parteichefin Katja Kipping erhält kurz darauf wegen einer Zwischenbemerkung ebenfalls einen Ordnungsruf. Frau Kollegin Kipping, ich erteile Ihnen ebenfalls einen Ordnungsruf für die Zwischenbemerkung. Mit ihrer Rede stellt sich die linken Abgeordnete Martina Renner gegen einen AfD-Antrag zur Ächtung der Antifa. Im weiteren Verlauf der Sitzung zeigt auch Grünen-Abgeordnete Djanan Bayram während ihrer Rede das Logo der Antifa. Es folgt eine Ermahnung durch Kubikis. Ich glaube nicht, dass Sie die Wirkung Ihrer Rede dadurch unterstreichen, dass Sie die Existenz des Deutschen Bundestages verletzen. Das Hochhalten von Emblemen ist nicht üblich. Nach der Geschäftsordnung des Bundestags kann der amtierende Präsident einzelne Abgeordnete zur Ordnung rufen, wenn sie die Ordnung oder die Würde des Bundestags verletzen. Autonome Antifa-Gruppen werden vom Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuft. Die Begründung Teile der Antifa arbeiten gegen staatliche Einrichtungen und deren Repräsentanten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017